um also ich hab keine Ausdauer mehr erklärt so einiges Timbo haben wir auch viel zu wenig Feuerholz haben wir genug seh ich grad Hartwood, naja, geht so könnte besser sein die ganzen Federn wo hab ich denn die Federn hingemacht so, dann haben wir hier noch mhm, was kommt hier hin Julelelelelelelelelelelele habe ich hier keine Federn gesammelt? ich weiß nur nicht, was ich mit den Federn anfangen soll das kann ich jetzt noch nicht sagen jetzt werden wir wohl mit der Zeit aus rausfinden so, die Nägel und das Ganze, das räumen wir auch noch schnell weg Nägel Keine Ahnung. Packen wir einfach mal hier rein. So. Dann haben wir nur noch die Waffe hier. Und Stoff. Also einmal hier die Waffe. Und... Äh! Stoff. Dann macht die so einen Krach hier. Die gutste. Ist wieder am Verdursten. Das Mädel. So, ein bisschen was essen könnten wir auch ruhig mal. So. Joa. Die Plastikflaschen, die würde ich gerne schon hier behalten. Falls ich doch nochmal... Durst bekomme. Und ich irgendwo was zum Auffüllen finde. So, Essen haben wir genug. Trinken, naja. Ah, Hundi. Warte. Lass mich mal durch hier, Hundewutz. Wie kann ich die denn? Warum kann ich das denn nicht? Ich konnte es doch mal irgendwie splitten. Wie ginge das? Hm. Geht wohl nicht. Schade. Zur Not nehme ich hier noch ein paar Sodas mit. So. Dann haben wir auch genug zu trinken. Dann wollen wir nochmal kurz hier auf Reisen gehen. Zack. Tralalalalalala. Ich habe einen Fisch in der Hand und gehe damit spazieren. Weil es Spaß macht, nach Fisch zu riechen was. So, da waren wir ja auch schon. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da hin. Es hat so einen leicht asiatischen Touch. Mal schauen, wo wir landen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da war ich selber auch noch gar nicht. Entschuldigung. Ein leichtes Kratzerli im Hals. Ja. Geht ja wieder sehr schnell, ne? Würde ich sagen. Ich musste mich mal kurz ein bisschen anders hinsetzen. Wenn man hier zu lange so schräg sitzt, da... Ja, das kann schon... Das kann schon echt... Och. Oh, es sieht ja hier so schön aus. Was ist denn das? Ah, ich kann Wasser wieder auffüllen. Sehr gut. Gott sei Dank. So. Ui. Bambus. Oh, da brennt es ja. Oder? Ich glaube ja. Och, es sieht ja hier so richtig schön aus, Junge, Junge. Die Pflanzen so schön symmetrisch alle gewachsen in... In einer Gleichheit. Wozu brauche ich diese Dinger eigentlich? Ich kapiere es nicht. Oh. Die 2D-Blumen sind wieder da. Kann ich die mitnehmen? Geht das irgendwie? Äh, wo habe ich meinen? Ah, hier. Geht das? Nö. Kann ich irgendwie nicht abholzen. Ist das jetzt nur die Frage, wo muss ich denn hier überhaupt halt... Überhaupt lang? Warum rennt denn der Fuchs weg? Alter, was hat der denn? Es sind gleich mehrere Füchse. Es ist irgendwie... Es ist irgendwie sehr hübsch hier. Aber man kann sich auch hier ganz schnell täuschen. Okay. 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 Es ist so verdächtig ruhig hier. Es gefällt mir irgendwie nicht. Oder? Gefällt dir das? Ja, ja. Mir wird das auch nicht gefallen. Ich kann dich schon durchaus verstehen. Oh, diese Blumen hier, die sind so schön. Hier so ein schöner Fluss. Schick. Hm. Oh, noch mehr Papier. Wieso? Wieso braucht man das Papier eigentlich? Ich habe noch nichts entdeckt, wozu ich Papier brauche. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Sind das da hinten? Sind das Gitter? Okay. Okay. Alles klar. Gehen wir mal da lang. Mal schauen, was es zu entdecken gibt. Überall diese schönen Blümchen. Schick, schick. Aber nicht, dass ich jetzt mit lauter Blumen dann wieder voll bin. Ach, das ist ja ein ganzes Dorf. Wo ein Dorf ist, sind meistens auch irgendwelche Monster. Oh Gott. Das ist ein Samurai. Scheiße. Hier gibt es Samurais. Aber ich wollte doch nur das Dorf erkunden. Geh weg. Schieß. Der kann, der kann sprengen, der Typ. Oh. Gott sei Dank. Oho. Was hat denn der Schönes alles bei sich gehabt? Aha, aha, aha. Schade, dass er kein Zement hatte. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich Zement herkriege. Aber zumindest hatte der Geld. Das ist schon mal viel wert. Okay, der ging noch, noch relativ einfach. Noch. Ich betone extra, noch. Er ist noch gar nicht im Dorf angekommen. Da kommt schon der erste Ankerrand hier. Ich will nicht wissen, wie viele hier noch rumflorchen. Verflorchen. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Hier ist alles so dicht. Und da ist sie auch noch. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier hin. Es ist richtig schön. Wenn es nur nicht so gefährlich wäre. Also ich würde hier bleiben wollen. Oh, da ist ja noch einer. Ja, du hast mich gesehen, oder? Schieß doch! Dass sie manchmal nicht schießt. Oh, das sind mehrere. Von denen. Das sind sehr viele von denen. Aber solange wir die da hinten bleiben. Und ich die von weiter Ferne schon abschießen kann. Dann habe ich Chancen. Das hier gut hinzubekommen. Ist ja nicht so wie bei den anderen, dass die alle mit einmal angerannt kommen. Wo will er hin? Was macht er ja? Was tut er? Was hat er... Was macht er da? Ah, gut. Gut, dass wir uns Pfeile machen konnten, ey. Gott sei Dank. Aber irgendwo war hier noch einer. Da läuft hier irgendwo noch rum. Da. Da drin ist bestimmt auch noch einer versteckt. Komm mal her, du Limmel. Was? Geht mit dir! Ah, der kann kicken! Boah, der macht voll den... Der macht voll den... Karate-Kids-Moves. Alter! Das ist ja... Aua! Mal schnell die Pfeile einsammeln hier. Das vergesse ich immer wieder. So. Okay, also... Uns geht's noch gut, eigentlich. Abgesehen davon, dass wir wieder Durst haben. Einer steht da noch. Äh, läuft da noch, meine ich. Gut. Ah, es sind da zwei. Ach, der leckt mich doch. Komm her mit deinem Sidekick, du... Jawohl! In die Hoden! Aber... Halt doch still, wenn ich dich anschießen will. Oh! Schnell die Pfeile. Ich hab doch mehrere Pfeile auf den geschossen. Wo ist der Rest? Warte, da war einer. Ach nein, jetzt sind die weg. Ach, Mist. Dass die immer so schnell die spawnen, das ist irgendwie gemein. Finde ich. Ich versuch's jetzt mal mit dem Schwert. Ich hoffe, das ist jetzt der Letzte, der da rumläuft. Natürlich nicht. Ach, Mist. Okay, dann bleiben wir doch lieber bei den Pfeilen. Hä? Das spawnt einfach Einer. Halt ja gar da! Halt ja mal da! Halt ja mal da! Halt ja gar da! Hey, warum schießt die nicht? Pfeile! 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 In den Hoden-Sack hab ich ihn geschossen. Okay, also die haben diese Stahl-Dinger und Geld haben die auch. Das find ich gut. Ich find's gut, dass die Geld haben. Dann machen wir das nicht umsonst. Wo ist der Typ, der hier immer aufploppt und verschwindet? Da. Mist! Was? Wo kommt der denn her? Da kommt er einfach außen. Himmel geschossen. Was zur Hölle? Gehst du weg? Ich ekel mich schon. Hast du's gehört? Pfeile? Pfeile? Kein Pfeile? Echt nicht? Schade. Schade, schade. Gut, ich hau mir mal noch einen Fisch rein. Das ist ja gemein. Die spawnen ja einfach wieder neu. Nach ein paar Sekunden. Da fällt einfach einer vom Himmel hier. Wie ätzend. Ich geh jetzt einfach hier rein. Oh, hi! Ja! Und zack! Ah! Geschafft! Ha! Ging ja relativ gut. Schick, schick. Sehr hübsche Häuser, muss man sagen. Ein Apfel. Oh, ne Milch. Okay, okay. Da hinten läuft der nächste rum. Kann man da irgendwas machen, damit die aufhören zu spawnen? Muss ich hier irgendwas kaputt machen dafür? Also hier gibt's eigentlich schon echt viel. Hm. Ich dachte, hier liegt irgendwas, aber es ist irgendwie einfach nur... Okay. Wie komm ich denn hier hin? Du, Lümmel, siehst mich sowieso gleich. Oh. Toll, ist gar nichts drin. Halt, ich komm mal! Halt, ich komm mal! Halt da! Halt da! Hey! Jetzt, fahr doch endlich um! Halt! Junge, 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 Junge! Gleich nochmal einen Fisch reinziehen. Dann geht's mir wieder besser. Das ist ja noch... Das ist ja noch... Alter, wie viel sind denn das? Das kann doch langsam nicht sein. Hey! Aber! Hey! Aber! Ha! Oh! Das ging ja nochmal gut. Junge, 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 Junge! Wie viel gibt's denn davon? Kann man hier irgendwo rein? Da ist ne Treppe, aber ich komm hier nicht rein. Ha! Ey, ich will hier in Ruhe rumlauern! Ah! Lass mir Ruhe! Du Sau! Ah! Okay, okay. Noch ein bissl Heid. Apfel. Apfel ist immer gut zu gebrauchen. Milch. Ne Runde Milch. Wut. Ne Wul. Wut. Ach, hab ich jetzt nicht gelesen richtig. Ist egal. Früchte. War's das jetzt hier an... an... Karate Ninjas? Oder kommen gleich noch welche? Ich weiß es nicht. Es ist echt hübsch hier. Vor allem so viel. Da drinnen rennt noch einer rum. Aber der soll mir jetzt mal ganz kurz mal... kurz, egal sein. Kurz, kurz. Kartoffeln, noch mehr Früchte, noch ne Milch. Ach, doch nicht. Da kommt einer um die Ecke. Aber doch nicht. Ich werd hier schon paranoid. So. Oh, was ist das? Wozu ist denn der gut? Was hab ich denn da jetzt? Äh, okay. Okay, okay. Also noch eine Etage höher. So übelst große Häuser und so viele auf einen Haufen. Was gibt's hier? Oh, was ist das denn? Nehmen wir einfach mal. Einfach mal mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Okay. Hier kann man einfach nur so schön rumlaufen. Das war's dann aber auch. Gut, dann gehen wir wieder runter. So schön stotternd. So. Da hinten waren wir bereits, oder? Waren wir hier? Wir kamen von da. Da hinten geht's... Ach du Scheiße. Da hinten geht's ja auch noch weiter. Alter, wie viel ist denn das? Da muss ich ja noch zehnmal herfahren. Also, fliegen, meine ich. Entschuldigung. Wir sind ja gleich zwei. Okay, dann nehm ich Pfeile. Ist mit dem Pfeilen dann besser. Oh. Man muss ja auch treffen. Hui! Okay, ich nehm vielleicht doch das Schwert. Okay, nochmal schnell was essen, weil ich bin ein bisschen... ein bisschen angehaucht. Alter, jetzt kann's weitergehen. Ich hab meinen Fisch gegessen, Junge. Jetzt stürb doch. Ah! Gott. Sobald es mehr als einer ist, ist es richtig anstrengend eigentlich. ist es echt nicht einfach. So. Es wäre schon praktisch, wenn man sich hier irgendwie eine richtig tolle Rüstung oder sowas machen könnte. Oh! Was ist das denn? Oh, 16 Damage. Ist aber nicht viel. Schade. Ich dachte, jetzt hab ich mal was gefunden, was noch mehr Damage macht als das Schwert, aber irgendwie... Das Gegenteil. Äh! Alter, was für ein fetter Pa... Stapel Papier, meine ich. Ein bisschen Kleidung. Noch mehr Papier. Ich weiß echt nicht, wozu ich hier Papier brauche, ohne Scheiß. Sind wahrscheinlich eh bald voll. Da hinten ist schon wieder so ein Heinze. Das sind zwei Heinze, glaube ich. Äh, ein bisschen kann ich noch. Ja, das sind zwei. Das sind zwei. Kann ich die von hier aus anschießen? Geht das schon? Ja. 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 Hui! Hä! Wo willst du hin, du Lübbe? So. Meine Pfeile! Ach! Ach, dass die Pfeile immer so schnell verschwinden. Ich hoffe, das wird nochmal geändert. Es wäre echt gemein. Dass sie vielleicht nach einer Weile kaputt gehen oder so. Ja, gut. Hä, es sind ja drei. Ah, Mist. Uiuiui! 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 Ah! Aua! Äh, 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 äh. So. Jetzt den da noch. Ach, Mist. Uiui! Zappel! Philipp, Jürge! Ah! Ah! Pfeil? Pfeil? Kein Pfeil? Nein? Oh, Mann. Alter, hä? Wo kommt der denn schon wieder her? Junge, Junge, Junge. So, ich trinke mal noch ein Schlückchen und so. Oh, ich hab bald schon wieder keine Pfeile mehr, ne? Das ist schon echt ätzend eigentlich. Ah! Hopp, 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 hopp. Noch irgendwo welche? Ich hoffe es mal nicht. Natürlich. Die ploppen einfach so auf hier. Ei, ei, ei. Ah, wie schnell die Pfeile immer verschwinden. Ist echt unfair. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier Schönes? Hier rennt er bestimmt auch irgendwo so an rum, hä? Würde mich nicht wundern. Oh, hey. 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 Das ist ja schon mal das Zeug hier dabei, muss man schon sagen. Das ist echt nicht ohne. Hier könnte man öfters herfahren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wozu ich Bambus brauche, weiß ich jetzt leider nicht. Aber ist ja auch halb so wild. Das werden wir schon noch irgendwann herausfinden. Nägel, Nägel sind immer gut. So, kann man von hier denn noch irgendwelche Heinzchen sehen? Hier und da ist ein Heinchen. Da. Hockt da. Der Klumpatsch. Alter, wie viel ist denn das hier noch? So viel kann ich gar nicht mitnehmen. Ich meine, noch sieht's ja gut aus, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer hält. Gibt's hier irgendwie außenrum noch was? Nö, ne? Ich weiß auch noch nicht mal so wirklich, ob ich dann überhaupt schon in jedem Haus drin war. So, da läuft da und wo rum, ne? Da. Komm her, du Lämmel! Oh, sind zwei schon wieder. Aber! Immer im Kreis, immer im Kreis. Vielleicht klappt's ja. Jetzt, fall doch endlich! Oh, du Zappel, Philipp! So. Was macht der denn da? Ii! Ii! Was war das zur Hölle? Bäh! Was sind das denn für kranke Typen? Ah! So. Solche kranken Leute, ey! Heide Witzka ist das viel hier. Dass man solche Töpfe nicht mitnehmen kann, das find ich irgendwie auch schade. Boah, ja, boah! Das ist es doch! Lass mich in Ruhe! Gehst du weg, du Lämmel! Du Elender! Ich dachte, da rennt noch eine rum, ey! Okay, 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 okay. Och! Wo kommt die denn immer her? Ah! Ist ja schlimm! Es ist ja grauenhaft! Gibt's ja nicht! No! Aua! Lass mich in Ruhe! Gehst du fort? So. Ich bin echt froh, dass ich das Schwert jetzt doch noch gefunden habe. Hier war ich ja bereits drin, ne? Gerade. Boah! Wo kommst du denn her? Bist du schon... Ey! Bist du schon wieder vom Himmel gefallen, oder? Du kleiner Drecksack! Was... Geht denn mit dir? Was ist denn mit dir verkehrt? Junge! Kannst du mich doch nicht so erschrecken? Also, ein bisschen fair musst du schon bleiben, ne? Okay. Mann, 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 Mann! Kommt aber doch vom Himmel geblumst hier, der! Der olle Klumpatsch! Ha! 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 Also, ich hab so das Gefühl, umso tiefer wir reingehen, umso weniger gibt es, oder? Oder kommt das jetzt nur mir so vor? Oder bin ich einfach nur doof und übersehe alles? Kann natürlich auch sein. Okay. Ui, diese Blümchen. Hier gibt's ja auch nix. Da oben vielleicht? Äh, so ne Kiste. Muss ich hier irgendwie... Ah, guck mal, hier so ein Buch. Äh, wozu brauch ich das jetzt? Nämlich. Juhu! In der Luft! Okay. Es wird schon wieder dunkel. Das ist nicht... Das ist nicht gut. Wenn's dunkel ist, ist es nie gut. Ich weiß jetzt gar nicht, von wo ich gekommen bin. Uah! Ach, Mann! Die spawnen ja so schnell wieder, ey. Das ist doch ätzend. Ach, Mist. Attacke! Ja! Ja, ja, ja. Ach, ja, ja. Ach, ja, ach. Ach. Ah! Jetzt muss ich aber ganz schnell was essen, bevor der Nächste spawnt. Huah! Lass mich essen! Lass mich was essen! Jetzt kann's weitergehen. Warte! Ach! Ach, das ist so schlecht, die zu treffen hier. Junge, 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 Junge. So, jetzt muss ich aber aus meine Herrschaftszeiten. Am besten einfach durchrennen. Solange wie es geht. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht alle wieder nachgespawnt. Ey, das wäre echt ätzend. Die sind natürlich alle wieder nachgespawnt. Es ist doch der Hammer. Jetzt lass dich doch umbringen! Ja! War ich hier schon? Komm mir schon wieder so anders vor. Doch, ich glaub, hier war ich. Ja, von hier bin ich gekommen. Gut, ich wollte nämlich eigentlich den Weg zurück und dann da oben lang mal. Da rennen wir jetzt einfach mal vorbei. In der Hoffnung, dass er mich nicht sieht. Ich hoffe, ich glaub, er hat mich nicht gesehen. Ich glaube, ich hatte Glück. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass jetzt hier ein Kano wieder aus dem Busch springt, wie so ein Busch-Hüpfer. Ich will es noch nicht. So, was gibt's denn hier lang? Erstmal noch ein Fisch essen, weil ich trau der Sache nicht. So, und nochmal ein Schlückchen Wasser trinken. So, bin ich wieder fit? Dann kann's weitergehen. Und da, wenn du ja nicht ! Amen. 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 Amen.